ARD Text im Auftrag von Funk Hey Leute ich bin's wieder euer BAM Und heute wie ihr seht spielen wir Minecraft Und da hinten ist ein Dorf Da werden wir jetzt hingehen, let's go Schauen wir mal was Die Wieste oder das Dorf da für uns hat Das Wiestendorf Schaut ganz schön nett aus hier Den lassen wir schlafen Schlaft auch jemand? Ne Suche eine Kiste Leute Nope Nope Es kann doch nicht sein dass da keine Kisten irgendwo dran sind Die müssen nur Kisten haben Ah schauen wir mal nach hinten Hoppala Ah Sind keine Morgke gebrochen für Fenster Leute Kiste? Ne So was Ach neee Hier Hallo Die sind scharfe Die sind scharfe Aber Aber Die Kiste ist hier nirgendswo eine Was Eigentlich sehr schade ist Oh 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 Die Kiste Leute Die haben wir voll übersehen Egal wie Das ist uns eigentlich nix Ist das so unmützlich Egal wir nehmen nur die Kiste mit Brauchen wir keine Craften Brauchen wir keine Craften So Bad Craften wir uns selber Leute Ok Ok Diesen Sprung habe ich nicht geschafft Lost Ahja übrigens Leute Ich muss euch zeigen was mir das letzte mal passiert ist Warte Was mir letztens passiert ist Ist was ich zeig's euch jetzt selber Oh Ja und das ist mir halt letztens passiert, da habe ich mich voll aufgeregt danach, weil ich habe so viel gelodet und so lange dafür braucht es mehr der Portal ungelobt, aber egal, wir wollen es zum Abstand keine Brot machen, zack, oh nice, hier ist noch was, oh, 12 Stück, nice, nice Leute, Alter, ich bin immer mit der Dingung jetzt vom Bett nicht nehmen, was ich selber eins kaufe, wenn ich mit einer eigenen Frau will, ich kaufe selber eins, ist glaube ich besser so, Leute, falls ihr das jetzt gekauft habt, oh, jawoll, checkpot, nice, Leute, wir können wieder Brot herstellen, oh, auch was impact ist, aber das ist auch typisch der Tür, aber was würde ich machen, oder? Brot herstellen, so wir haben jetzt insgesamt 17 Stück Brot haa alles klar wo sind nochmal die Schafe ich glaub die waren hier dahinten oder? hier irgendwo? Ne die waren in der Nähe vom Turm ach ich bin so dumm hier so und um wir haben die Schafe und das war auch auch mit wo es stirbt die ganze Zeit kommt heute haben wir wir schaffen den Sprung wir schaffen nicht den Sprung so ist auch gut wir craften jetzt noch mal Brot 13 Stück Brot, nein, es läuft so und jetzt töten wir mal die Schafe damit wir Wolle kriegen, damit wir uns ein eigenes Blut herstellen können ich muss halt auch passen, dass ich kein Dorf bin, wo er schlag, weil ansonsten töte ich mich der grüße Riese da was sind da Zombies, Digga so irgendwo kommt von hier in aha warte hehehe ha, wie so lustig ah, hier sind die Zombies Zombies Fleisch kann nicht uuuuh, Leute aber da mag ich nicht runter irgendwie ich hab Hunger hier ist noch mehr Fleisch aber wir brauchen noch ein Stück Wolle ich überleg grad wisst ihr was, ich craft mir jetzt ich geh da nach hinten oh, nein nether portal leute nice Leute, das hab ich jetzt voll nicht gesehen ne, wisst ihr was, wir wir bleiben im Dorf, Leute wir bleiben im Dorf bauen das nether portal auf und dann ab ins nether wenn sich das ausgeht wenn sich das ausgeht weißt du was, ich penne jetzt einfach hier so auch oh ja, die Wolle brauchen wir halt auch wieder nicht alles gleich am nether portal obsidian obsidian dann so können wir gleich hier weiter bauen tack ha, nice aber wir brauchen ne Spitzhacke das ist das Problem ne, ne Spitzhacke und viele Äxte für holz ha, ok also wir bleiben im Dorf weil das nether portal wie gesagt und dann schauen wir weiter ob wir über das nether portal aufbauen in die 60 minuten die ich jetzt aufnehmen oder höchstens aufnehmen ich kann nur 60 minuten auf der playstation aufnehmen das ist das Problem wir bauen holz ach komm schon ich brauche viel holz ach komm schon ich brauche viel holz so wo ist jetzt nochmal das Dorf ach ok oder ne alles klar da hinten ne Leute da geh ich jetzt hinten dahinten oder was ist das für ne Welt Leute da hinten ist einfach mal random Ich geh nochmal zurück zum Dorf, wir nehmen was zum Essen mit, Goldschwert verbrochen oder reiche, ne, ach egal Leute, ich geh jetzt nochmal zum Dorf und da hinten, wie ihr seht, da hinten, das ist so eine, wie nennt man das, Sandburg oder wie immer, egal, ihr wisst was ich meine, oder, auf jeden Fall finden wir dort Gold und das verdient Tee, aber das lassen wir eskludieren, würde ich mal sagen, wo ist dann das hier, oder, brauche ich mal essen, nein, Brot hätt ich gern, so, aha, und jetzt gehen wir mal eine Spitzhocke und eine Axt, das wird reichen, wir brauchen halt noch die Blöcke, für hochgehen, dann nehme ich das und das auch, kann nie schaden, paar Blöcke, und jetzt ab zur Sandburg, wo ist der Portal, da hinten, ah ok, oder, hey, bin ich jetzt komplett lost, so Orientierung ist auf jeden Fall nicht standen, da hinten, oh Gott, und falsch, so Essen haben wir jetzt können, ah egal, leider gehen wir, wir töten doch das Schwein, ne ok, da müssen wir Hühner töten, das ist einfach random, da ist einfach random, so ne Burg, digga, ist das geil, einfach so random, so ne Burg, oder Schatz, das, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber, soll jetzt auch mal Burg dazu, ich hoffe da kämpfen kann, der Zombie ist drin, ich soll auf den Penny gehen, äh, komplett zugeschüttet hier, oh, wir sind drin, der Weg ist voll verschüttet, ok, dieses Geräusch, heißt definitiv, nichts gutes, was ihr das jetzt gehört habt, Leute, creepy, wir haben schon wieder Hunger, wir müssen uns runterbauen, die beste Logik, Ich hoffe dannamo' reminders, das! Proff an, die mir dann sind plastisch... Oder... Ja... Haben genügend Platz, Leute. Treue, Schnellladen. Geil. Zauberbuch ist immer am Start, Leute. Und jetzt ab nach Hause. Fast uns jetzt kein Zombie oder hoffentlich kein Zombie begegnet. Oh Gott. Leute, wir müssen laufen. Was sich das überhaupt ausgeht. Aber fände ich in die richtige Richtung? Das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, da hinten ist das Dorf. Der Fälle. So. Und dann müssen wir pennen gehen und dann erst die Sachen in die Truhe. Und dann können wir pennen gehen. Oh Gott. Ich darf mal jetzt keine Herzen verlieren. Weil das weiß ich. Oh Gott. Wir haben fast keine Ausdauer mehr, weil wir Hunger haben. Das ist echt scheiße. Ja, weil da hinten ist das in der Portal. Ja, keine Herzen verlieren. Geh doch. So ist unser Haus. Hallo, du musst schlafen gehen. Oh Gott. Hier. Leider geschafft. hahn so alles mal da in dir schön in die Truhe rein wir haben einen Sattel Leute wir brauchen jetzt nur noch ähm Ding was ist das Crafting den Crafting Ding ne werbe ich jetzt mit Werkbank heißt das nicht Crafting Table aber auch egal leider haben wir merkt dass ich nicht oft mein Kuss spiele oder doch oft aber egal ähm ja jetzt brauchen wir nur Pilze dann können wir auf eine Sau reiten das kleiner ist wenn wir auf ein Schwein reiten können guck ich hab mir so viel Brot jetzt gemacht Leute wenn wir auf ein Schwein reiten können Dankendorf haben wir so viel Brot ich brauch Pilze ich glaub das ist nicht ne da ist Lava aber gibt sie irgendwo ne Mine ja beim Dorf oder will ich nicht rein aber egal Mine Mine warum laufen die Kassen um hm ach hier unten Schaf zwei Schaf jetzt haben wir doch so ein schwerköpfiges Schaf wie dumm bin ich gibt sie gar nicht in Minecraft ist das ne Mine ne oh mein Gott egal wir brauchen den Stein für den Ofen für einen Ofen auch auch nur für eine Stein Spitzhack und Stein Spitzhack brauchen wir auch sehr wichtig Eisen wär nice das wär jetzt wirklich der Checkpot Leute ich hab mal bei einer Minecraft Welt habe war ich nur in der Mine und hab 64 Eisen gefunden plus 8 Stück noch dazu das verkrankt ähm ja aber egal meine Holzspitzhack ist grad kaputt irgendwie ladet mich schon wieder ein random so Leute warte haben wir eine Steppe ja passt einfach kaputt so eine Kiste die schwebt geht aber eine Werkbank geht nicht die schwebt so zack haben wir eine Kohle hm 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 was nehmen wir egal nehmen wir das hier so wir braten das ist einfach nicht das hier nicht das hier parken das Hünchen und das Hammelfleisch wieso red ich so laut das ist nervend so zack 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 das das können wir weg tun ja ich habe eine Fliege im Zimmer den nacht zu ändern so und ein Freund von mir den nacht auch aber egal mal ja Leute ich würde sagen wir machen das nächste mal hier weiter und ich hoffe das Video hat euch gefallen wenn ja lasst ein Like da und bis zum nächsten mal tschau